Habe ich da gerade Interview gehört? Fred, was fasziniert dich so sehr an Basketball? Ja, ja, das werde ich immer wieder gefragt. Ronny Kimmel, woher diese Liebe zum Basketball? Wie kommt es, dass du der größte Fan überhaupt bist? Meine Antwort ist immer dieselbe. Es wurde mir in die Wiege gelegt. Alles begann an einem stürmischen Tag auf Norderney. Und ich habe noch die Stimme meiner Mutter im Ohr. Sie sagte, Rainer, Rainer ist mein Vater. Rainer, und sie sagte, Rainer immer ein wenig mit der Art, mit der ganz besondere Frauen sprechen. Rainer, also Rainer, die Hände über ihrem schwangeren Bauch gefaltet. Schatz, ich glaube, es ist soweit. Ronny. Was? Das ist eine sehr schöne Geschichte, aber so lange wird der Film gar nicht. Aber das Beste kommt da erst noch. Okay, Ronny, aber ich habe Frieden uns auch ein paar interessante Dinge zu erzählen. Fred, natürlich. Frieden hat sogar sehr interessante Dinge zu erzählen, nicht wahr, Fred? Also, Ronny, immerhin hat doch Fred in Basketball gefangen. Und er ist doch auch ein großer Alba-Fan, genau wie du. Ist er eben nicht? Niemand ist ein größerer Alba-Fan als Ronny Kimmel. Und wenn hier irgendjemand in diesem Film zu Wort kommen sollte, dann bin ich... Scheiße! Ronny, bitte reg dich nicht auf. Ich würde jetzt wirklich gerne Fred interviewen. Gute Idee. Der hat nämlich eine ganz besonders interessante Geschichte zu erzählen, nicht wahr? Oder soll ich deine Geschichte erzählen? Die ist nämlich sehr kurz. Er ist nämlich erstens gar kein Alba-Fan. Und zweitens ist er überhaupt gar nicht... Hey, 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 hey! Scheiße noch mal! Hey! Du hast meinen Beigestohlen und dafür wirst du erbüßen. Du wirst, du wirst dafür... Zeh, du... Ah! 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 Ronny! Ronny! Du musst ganz gut atmen! Hey, Ronny lass durch los! Ich will keine louver... Bella! Ronny! Ronny! Hey, voll vas Cause los! Kommen Sie kurz. Du musst ganz gut atmen! Ronny! Komm her... Äh! 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 Oh! Seid ihr bescheuert, oder was? Ich bin bescheuert! Mann, ich hab gedacht, du stirbst! Du hast uns verarschen, was? Wir haben die ganze Zeit gemacht, dass du gar nicht behindert bist. Ah ja, woran denn? Äh!